Baustellen bringen vielfältige Herausforderungen mit sich. Um diese zu meistern braucht man viel Erfahrung, die besten Fachleute und neueste Technik sowie Ausdauer und Flexibilität. Wir sind Groß und Partner, einer der führenden Immobilienentwickler Deutschlands mit über 100 umgesetzten Büro-, Wohn- und Hotelprojekten. Aktuell bauen wir in Frankfurt am Main spektakuläre Objekte wie das Fonds, das Spin oder die neue DFB-Akademie. Unsere Kunden, Partner und Investoren profitieren dabei von unseren spezialisierten Tochtergesellschaften. GP-CON, GP-LOK und GP-TEC Die GP-CON realisiert komplexe Bauprojekte und leistet das gesamte Spektrum der Bauausführung bis zum fertigen Rohbau. Fundierte Beratung, gründliche CO2-optimierte Planung, klassische Betonarbeiten und konstruktiver Stahlbau werden durch erfahrene Fachleute umgesetzt. Ökonomisch und qualitativ auf höchstem Niveau. Im Bereich der Baulogistik sorgt die GP-LOK für reibungslose Abläufe und optimale Arbeitsprozesse auf den Baustellen. Spezialisten schneiden die Logistik akribisch auf jedes Bauprojekt zu und übernehmen die gesamte Koordination von Einrichtung und Versorgung der Baustellen. Dank eines smarten Track-and-Trace-Systems werden Materialien zügig an die richtige Stelle gebracht. Baustellensicherheit, Entsorgung und Reinigung runden das Portfolio ab. Die GP-TEC stellt intelligente, ressourcenschonende Lösungen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung zur Verfügung. Ob Randmeldeanlagen, Klima- oder Sanitäranlagen, die Experten liefern geballtes Know-how im Bereich der Versorgungstechnik und bieten ein breites Spektrum von der Planung bis zur Umsetzung an. Der Mehrwert für große Partner, diese Tochtergesellschaften zu gründen, war ganz einfach, über eigene Kapazitäten zu verfügen und sicherzustellen, dass wir selbst Zugriff haben auf Material, auf Ressourcen und auf Umsetzungsmöglichkeiten, um unseren Kunden sicherzustellen, dass wir jederzeit in der Lage sind, diese großen Bauvoluminas auch mit eigenen Kräften fertigzustellen. Mit unserer neuen, fachübergreifenden Unternehmensstruktur sind wir bestens aufgestellt für die komplexen Anforderungen erfolgreicher Immobilienprojekte. Wir erschaffen neue Räume, die begeistern. Heute und in Zukunft.